Das ist dem sein Ernst. Ich fürchte schon. Boah. Haha, ja. Haha, ja. Haha, ja. Chingu, heid, oh, puah. Hui, duf. Mocaccino. Ihr seid kein Geist. Verdammt, ich weiß nicht mal, ob ihr ein Mensch seid. Den Äxten des schwarzen Wirbelwitz hat noch niemand widerstanden. Jo. Warum habt ihr mich angegriffen? Ich schätze, ich habe euch wohl für einen Geist gehalten. Und außerdem sah ihr so aus, als würde der Kampf mit euch schön lang dauern. Okay. Aber da ich gerade vom Schätzen sprach, Mit euch habe ich mich anscheinend verschätzt. Mhm. Egal. Ihr habt hier sicher für den Fürsten Juhn zu tun, stimmt's? Wisst ihr nicht, wieso sich jemand sonst hier herumtreiben würde? Das haben sie ja. Ihr solltet mit Speertreffblatt sprechen. Der gehört zu Fürst Juhnsleuten. Ich bin hier bloß Mietsoldat. Haha, ein Söldner. Es tut mir schrecklich leid. Bitte verzeiht. Manchmal ist er nicht zu bremsen. Verzeiht? Nichts da. Das war großartig. Speertreffblatt ist kein Krieger. Er versteht nicht, wie aufregend es ist zu siegen. Ihr hattet soeben die unerwartete Ehre, den schwarzen Wirbelwind zu besiegen, den seiner eigenen Meinung nach tödlichsten Söldner des Jade-Reiches... So, so. So. Das interessiert mich wenig. Fürst Juhn schickt mich, um euch zu helfen. Ja, ich bin Speertreffblatt, oberster Jäger des Fürsten Juhn. Fürst Juhns Vater zeigte mir einmal ein Ritual. Ich hatte gehofft, es durchführen zu können, um Schatten des Waldes um Hilfe zu bitten. Die ist schlecht gelaunt gerade. Die hat ihre Tage. Erzählt mir mehr von diesem Ritual. Ich habe die Feuer entfacht und die Öfen sind bereit. Aber der wichtigste Kristall fehlt. Ohne ihn können wir nicht einmal erkennen, was der Zweck dieser Öfen ist. Hm. Wo sind denn die Kristalle? Ihr habt ja eine Ahnung. Ich habe die Gegend untersucht, als ich bemerkte, dass der Kristall fehlte. Und ich habe seltsame Fußspuren bemerkt, die zum Gasthof führten. Hm. Was war seltsam an Ihnen? Ich bin nicht sicher. Wer auch immer die Fußspuren hinterlassen hat. Er muss kleine Schritte gemacht haben und hatte einen merkwürdigen Gang. Es sah fast aus, als stammten sie von einem Kind. Krank! Ein verkrüppelten Kind. Krank! Hey, vielleicht war es ein Affe. Auf meinem Weg hier herauf traf ich einen Mann aus dem Gasthof. Wenn dort noch Menschen sind, dann ist vielleicht auch derjenige dort, der den Kristall mitgenommen hat. Aber seid bitte vorsichtig. Okay. Wäre ein Kind denn in der Lage, den Kristall aus dem Sockel zu entfernen? Das glaube ich nicht. Es erfordert zu viel Kraft, den Kristall herauszuziehen. Es erscheint mir wenig logisch, aber was spielt Logik an diesem Ort schon für eine Rolle? Da hat er recht. Hier spuckt's. Ich sollte zum Gasthof gehen und mal nachsehen, was ich herausfinde. Geht ihr zum Gasthaus? Ich werde hierbleiben und mich um die Öfen kümmern. Wenn ihr weitere Auskünfte und Vorräte braucht oder etwa Unterweisung, wisst ihr ja, wo ihr mich findet. Pah, Unterweisung. Wir sind viel zu cool für Unterweisungen. Was hat sie denn für Fragen? Aber gern. Ich könnte euch vieles hier im Wald erklären. Ich kenne diese Gegend gut, denn ich komme oft hierher, um vor der Jagd über meinen Lebenszweck und meine Philosophie zu meditieren. Oh, okay. Das reicht mir schon. Ne, philosophische Betrachtung braucht man nicht, oder? Erzählt mal vom Schatten des Waldes. Sie ist ein alter Fuchsgeist und hat diese Wälder seit jeher beschützt. Aber jetzt gibt es hier immer mehr Geister. Die Bäume sind krank und sie scheint gar nichts dagegen tun zu können. Die scheint selber ein bisschen durchgedreht. Erzählt mir von der Krankheit, welche die Bäume befallen hat. Die Rinde der Bäume bekommt unnatürliche schwarze Stellen. Vor ein paar Monaten habe ich es zuerst bemerkt. Dann hat es sich rasend schnell ausgebreitet. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Warum versammeln sich die Geister hier? Ja, vielleicht. Was hat eure Zeit als Jäger euch über diesen Wald gelehrt? Von Tiennes Anleger entfernt. Oben auf diesem Hügel liegt das Gasthaus zum Pilgerschlummer. Dort können Reisende sich ausruhen. Könnt ihr euch irgendwie erklären, warum dieser Wald krank ist? Die Bäume begannen sich schwarz zu verfärben, als die Geister auftauchten. Ich bin sicher, da besteht eine Verbindung. Was mir Sorgen macht, ist, dass Schatten des Waldes irgendetwas damit zu tun haben könnte. Die ist wahrscheinlich selber durchgeknallt von den ganzen Geistern. Hängt also wieder alles mit uns noch Wasserdrachen zusammen, Freunde. Denn die Seelen können nicht in die Unterwelt. Was hat es mit diesem Tempel hier auf sich? Fürst Juns Familie kümmert sich seit Jahrhunderten um seine Pflege. Aber Fürst Jun liegt er wohl wenig am Herzen. Es scheint beinahe, als schäme er sich des Tempels. Warum sollte er das tun? Um die Wahrheit zu sagen, ich weiß wirklich nicht, warum er so ist. Vielleicht hat es etwas mit Schatten des Waldes zu tun. Fragt ihn doch einfach. Ja. Keine schlechte Idee. Genug über den Wald. Ihr hattet vorhin die Philosophie erwähnt. Wir Jäger folgen weder dem Weg der offenen Hand noch dem der geschlossenen Faust. Ein Jäger muss die Balance suchen, wenn er erfolgreich sein will. Macht Sinn. Ist das Jagen nicht eine böse Handlung? Ohne Grund zu töten ist böse. Jagd und tötet ihr aber, weil ihr Nahrung und Kleidung für eure Familie braucht, hat euer Handeln einen Sinn. Der Jäger nutzt die Disharmonie, um Harmonie herzustellen. Die Balance bleibt gewahrt. Verstehe. Ja, ich denke, das reicht. Nee. Wir hätten jetzt wieder nach einer Belohnung fragen können. Aber das müssen wir eigentlich nicht. Ah, da ist sie ja, die große Fuchsgeistdame. So, hier haben wir was zu lesen. Tempelaufzeichnungen Gesammelte Aufzeichnungen und Notizen der Familie Yun, die bis vor etwa 15 Jahren fortgeführt wurden. Ein Eintrag erregt eure Aufmerksamkeit. Mein Sohn scheint keinerlei Interesse am Tempel zu haben und ich fürchte, dass er die Lektionen, die ich ihm weiterzugeben versuche, nicht in sein Herz aufnimmt. Der Schlüssel ist natürlich weiterhin das Wissen, dass Sommer und Winter den Wald am stärksten beeinflussen und welche Farben mit diesen Jahreszeiten verbunden sind. Wenn ich recht habe und mein Sohn diese Lektion prompt vergisst, muss ich um seine Sicherheit besorgt sein, sollte er das Ritual falsch angehen. Diese Öfen sind altes Zauberwerk und altes Zauberwerk zieht dunkle Blicke auf sich. Eine andere etwas später geschriebene Notiz lautet Wie befürchtet, gibt mein Sohn kaum Acht. Vielleicht werde ich etwas einrichten, das ihm als Erinnerung dient. Violett ist nicht unsere Familienfarbe, aber ich hoffe, das Gedächtnis lässt sich dadurch in Schwung bringen. Also irgendwas mit Violett. Wahrscheinlich sind dann Rot und Blau, Sommer und Winter. Grün und, ja, Braun vielleicht. Könnte Frühling und Herbst sein. Da können wir nichts tun. Warum nennt man euch Schwarzer Wirbelwind? Soll gut auf Frauen wirken. Oh ja. Und, funktioniert das denn? Ha, natürlich nicht. Sieht mich doch an. Da muss eine schon verdammt besoffen sein, wenn sie sich von meinem Namen blenden lässt. Der ist cool, Freunde. Wo kommt der Name wirklich her? Nun also. Es war einmal damals, im Herbst der neuen Väter. Da fiel ich über ein Dorf her wie ein schwarzer Todessturm und riss den Menschen das Fleisch von den Knochen. Im Ernst? Tod und Zerstörung brachte ich über die Leute. Die Straßen färbten sich rot vom Blut und... Der labert doch nur. Der schwarze Wirbelwind ist über uns gekommen. Glaube ich nicht. Der ist voll der Teddybär. Der tut doch nichts. Oder so ähnlich. Kann auch sein, dass ich es mir im Suf ausgedacht habe. Ängel. Der Name ist klebend geblieben. Alles klar. Na gut. Macht mir die Konversation noch zu Ende. Wie hat es euch in diesem Wald verschlagen? Bargeld. Ist aber nett. Das ist voll der Teddybär, Freunde. Der hat sogar Teddyohren. Gut. Ich will mal sehen, ob hier irgendwo Opferwein zu finden ist. Schmeckt scheuslich, aber wirken tut er... Opferwein? Alter! Opferwein! Der liegt doch schon seit Jahrzehnten, Jahrmillionen, Tausend, Trilliarden, Jahre schon. Ne? Kommen wir hierher? Nee. Doch. Nee. Aber sicherlich nicht. Oder wir spawnen die Gegend. Ich glaube es eigentlich nicht. Aber ich möchte jetzt auch nicht ausschließen. Wow. Alter! Was geht denn mit dem da ab? Was ist mit Feuerhansi? Wie kann ich ihm den anvisieren? Ah, Tapp. Kriegst du da Feuerhansi? Du stirbst jetzt. Schaden hat er zum Glück nicht viel gemacht. Oh. Ich glaube, Morgi wird auch geheilt, wenn wir uns heilen. Hey, noch ein. Ein fieser Hansi, ne? Den könnten wir eigentlich mal mit unseren Eissplittern bekämpfen. Aber... Der springende Tiger funktioniert so gut. Da würde man gar nichts anderes machen. Manchmal springt es in die falsche Richtung. So. Das ist mal eine Wehe hier. Tjo. Das ist wieder so ein Ding? Also heilen tut es uns nicht. Keine Ahnung, was das ist. Oder was das sind. Da geht es zum Pilgerschlummer. Das heißt, hier geht es wieder dahin, wo wir waren, ne? Straße nach Tiers Anleger, genau. Oh, wer sind das? Oh, wow. Irgendetwas stimmt hier nicht. An diesem Ort ist etwas faul. Es ist so ähnlich wie im Wald. Nur stärker. Freunde. Mir gefällt es hier gar nicht. Moggy hat schon recht. Mir läuft es. Ich kann echt Gänsehaut. Oh. Also da geht gar nichts. Das müssen wir wohl erst skillen, wenn wir da was machen wollen. Wie heilt sich? Okay, Moggy ist platt. Ah, da ist ihre Energieanzeige. Okay. Jetzt habe ich das auch kapiert. Freunde, hier gefällt es mir gar nicht. Dreh dich um. Was ist denn das? Was ist denn das? Creepy-ass. Hä? Hallo? Was war denn das, Freunde? Ich habe Angst. Ihr wisst doch, ich bin so ein Angsthase. Ich heiße nicht umsonst... Meine Firmierung ist nicht umsonst White Rabbit. Eerie ist quasi der Name der Angst. Der Name des panischen Häschens. Ich will nicht! Hilfe. Ich habe staunend zugesehen, wie ihr diese... diese Dinger vernichtet habt. Nicht viele eurer Art werden so leicht mit Geistern fertig wie ihr. Was heißt denn eurer Art? Äh, ich bin überrascht, dass hier überhaupt nicht jemand am Leben ist. Na, mal hin. Okay. Wir haben ihn vor nicht allzu langer Zeit losgeschickt, um Hilfe zu holen. Mhm, haben wir. Der Mann, den ihr ausgesandt habt, um ihn... um Intentiens Anleger, um Unterstützung zu bitten, ist tot. Das war sicher Schatten des Waldes. Ja. Sie hat erneut zugeschlagen. Wir hatten gehofft, einen Weg gefunden zu haben, mit der Füchsin fertig zu werden. Aber das war wohl ein Trugschluss. Offensichtlich. Wie wolltet ihr denn mit ihr fertig werden? Nun, das ist eine schlaue Frage, nicht wahr? Sehr schlau, wahrhaftig. Woher wissen wir, dass wir euch trauen können? Dem Jäger im Tempel trauen wir zum Beispiel nicht. Und daher werden wir ihm nicht geben, was er sucht. Er sucht... ach, den Kristall. Ja, wir haben den Kristall aus dem Tempel. Wir haben ihn hier vor dem Jäger versteckt. Was? Warum? Weil wir nicht zulassen durften, dass er jemand anderem in die Hände fällt. Jemand aus dem Gasthaus hat den Jäger und den dicken Mann, die jetzt beim Tempel von Schatten des Waldes sind, auf ihrem Weg durch den Wald belauscht. Der Jäger erwähnte ein Ritual, mit dem er Schatten des Waldes rufen will. Aber er ist ein Narr. Er glaubt, er kann die Füchsin finden und um Hilfe bitten. Um Hilfe! Ja? Die kriegt sich... Sie wird niemandem helfen. Am allerwenigsten uns hier im Gasthaus. Um den Jäger vor seiner eigenen Dummheit zu schützen, nahmen wir uns den Stein, bevor er den Tempel erreichte. Wenn ihr schlau seid, gebt ihr mir auf der Stelle den Kristall. Eine Drohung? Ihr solltet euch genau überlegen, wem ihr droht. Was immer das Ritual bewirkt. Wenn es Schatten des Waldes auf den Plan ruft, müssen wir die Gelegenheit nutzen, sie ein für alle Mal zu vernichten. Das hätte er nicht gewagt. Will ich auch nicht. Ich muss wissen, dass ihr den Kristall aus den richtigen Gründen einsetzt. Ihr müsst Schatten des Waldes töten. Wenn ihr es tut, gebe ich euch die Steuererträge eines halben Jahres in Silber. Bin nicht bestechlich. Warum seid ihr euch so sicher, dass sie sterben muss? Seht euch doch nur einmal auf diesem Hügel um. Der Verfall des Waldes ist offensichtlich. Ich kenne nur eine Kreatur, die mächtig genug wäre, so etwas zu verursachen. Sicher nicht. Es kann nur diese angebliche Wächterin des Waldes sein, die hinter all dem hier steckt. Sie muss es sein, die die Bäume krank macht und die Geister herbeirufen. Ganz sicher nicht. Es gibt keine andere Möglichkeit. Schatten des Waldes muss sterben, wenn ihr uns und den Wald retten wollt. Nein. Ich denke, es ist klar, was ich zu tun habe. Ihr werdet uns helfen. Ihr müsst es tun. Hm. Gebt mir den Kristall. Ich sorge dafür, dass sie ausgeschaltet wird. Hm, also gut. Dann ist es abgemacht. Ich glaube, in der Situation... Ihr, nehmt den Kristall. Aber vergesst unsere Abmachung nicht. In der Situation ist es in Ordnung, Freunde. Geht zum Tempel, westlich von hier. Findet einen Weg, die Füchsin zu erreichen und vernichtet sie. Wie auch immer ihr das anstellt. Schafft ihr es? Gehört das Silber euch. Geht jetzt. Freunde? Die Lüge war gerechtfertigt, denke ich. Beehrt uns heute doch zum Abendessen. Eure Gesellschaft an unserem Tisch wäre höchst willkommen. Ich dachte, die haben nichts mehr zum Essen. Erzählt mir etwas über diese Gegend. Seine Meinung kennen wir. Ich habe gehört, dass man über den Pilgerpfad noch nach Tjens Anleger gelangen kann. Eines Tages, wenn die Zeit dafür gekommen ist, werden wir dorthin reisen. In Tjens Anleger leben so viele Menschen. Ich muss los und mich um den Wald kümmern. Es muss einen Weg geben, die Füchsin in eine Falle zu locken. Irgendwie werden wir sie schon kriegen. Freunde, ich bring die nicht einfach um. Ich rede erst mal mit der. Wann kommen endlich wieder Karawanen hierher? Haltet euch! Der Wald ist undurchdringlich. Es wird niemand kommen, außer vielleicht aus Tjens Anleger. Aber auch dieser Weg wird nicht mehr lange frei sein. Die grüne Bestie erstickt uns mit ihren Bäumen. Hey, Markt! Ich habe kein... Noch haben wir Vorräte in den Höhlen. Es wird schon alles gut werden. Ich habe den jetzt gar nicht angeklickt. Das hat sich irgendwie automatisch... Möchte jemand etwas haxe? Ich hätte hier noch reichlich. Freunde. Er ist der Kannibale in der Stadt. Und jetzt die Typen hier, die einen zum Abendessen einladen. Ich bin echt... Nervös. Haltet euch von mir fern! Oder wollt ihr, dass ich euch meine ganze Aufmerksamkeit schenke? Oh. Haltet euch von mir fern! Oder wollt ihr, dass ich euch meine ganze... Möchte jemand etwas haxe? Ich... Wendet euch an den Wirt, wenn ihr euch unterhalten wollt. Haltet euch von mir fern! Oder wollt ihr, dass ich euch meine ganze Aufmerksamkeit schenke? Mal wieder alles kaputt treten, was wir finden. Hauft's euch hier. Wer hat da eine Falle installiert? Können wir da reingucken? Nee. Können nicht in den Zuppentopf spucken. Oder gucken. Stefanühl Hateur Knapp Knapp Was H H H H Vielen Dank.